Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen nun zu Folge 1 hier im Geburtsheldinnen-Podcast. Und gleich in Folge 1 werden wir darüber sprechen, warum ist mir das passiert? Verstehe deine Geburtsreise und damit auch deine Heldinnenreise. Und ich werde dir auch erstmal erklären, warum es so wichtig ist, erstmal zu verstehen, warum die Geburt so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Wenn wir über Aufarbeitung, Heilung, Integrieren sprechen, von einer Geburtserfahrung, die du gemacht hast, die nicht so gelaufen ist, wie du sie dir vorgestellt hast und gewünscht hast, dann ist immer der erste Schritt in meiner und auch in der Arbeit von Kolleginnen, die mit dem Thema Geburtstrauma arbeiten, ist immer der erste Schritt das Verstehen. Und es ist ja auch immer diese erste Frage, mit der die Frauen kommen. Und die du dir vielleicht auch schon gestellt hast. Warum? Warum ist mir das passiert? Häufig gibt es überhaupt keinen Anhaltspunkt. Die Schwangerschaft verlief einfach wunderbar, alles war gut, außer die typischen kleinen Bewehen, die Schwangere so hat. Und wenn ich mit den Frauen arbeite, dann finde ich schon alleine durch die Erzählung, das ist ja auch immer der erste Schritt, nochmal die Geburt, wirklich Schritt für Schritt zu erzählen. Und häufig finden wir da schon direkt den Punkt, wo es gekippt ist. Und wenn du jetzt an deine Geburtsreise denkst, dann kannst du mir das bestimmt auch schon so sagen, dass du sagst, oh ja, ab dem Punkt ging es irgendwie nur noch bergab. Ja, und das ist ganz wichtig. Und dann können wir nämlich schauen, okay, was hat zu diesem Punkt überhaupt hingeführt? Was ist das Thema dahinter? Also wurde die Angst so groß? Wurde der Schmerz so unaufhörlich, so unaushaltbar? Und warum war das dann? Warum war da auf einmal die Angst so groß? Warum war der Schmerz dann nicht mehr auszuhalten? Und da finden wir dann häufig Gegebenheiten, entweder struktureller Art. Und zum Beispiel, ab dem Moment, wo ich liegen musste, habe ich den Schmerz nicht mehr ertragen. Das ist sowas ganz Häufiges. Oder die Hebamme, die dann kontrolliert hat und sagt, ne, also das wird doch nichts heute hier. Und naja, Geburt ist ja noch nicht, wenn sie hier so schön atmen, sondern erst, wenn sie richtig schreien. Keine ausgedachten Sätze, die ich hier wähle. Alles schon gehört von Frauen. Und das kann natürlich dann zu innerlichen großen Hürden führen. Also, dass Frau dann denkt, oh mein Gott, die sagt mir jetzt gerade, dass das, was ich hier gerade veratme, keine Schmerzen sind, sondern dass die noch kommen? Wo soll das denn bitte hinführen? Oder wenn das das Liegen ist, was bei ganz vielen Frauen einfach irgendwie ein bisschen wie der Anfang vom Ende ist, dass dann der Schmerz so unaufhörlich wird, dass die Frau sagt, ich brauche eine PDA. Ich weiß nicht, wie ich das, keine Ahnung, wie soll ich das hier schaffen? Und dann kommt die PDA und dann kommt der Wehentropf, weil es nicht weitergeht, logischerweise. PDA trennt die Verbindung von Gehirn zu Gebärmutter. Also schüttet das Gehirn zwar schön brav Oxytocin aus, aber kommt ja nicht an bei der Gebärmutter. Also hört die Geburt erstmal auf. Also gibt es den Wehentropf, damit es weitergeht. Der wird vielleicht gut vertragen, vielleicht auch nicht. Also man kommt in so eine Interventionsspirale rein, wie man dazu sagt. Und von einem zum anderen, vom Hölzchen zum Stöckchen und immer so weiter. Und am Ende ist die Geburt alles andere als, ich bin glücklich und habe kraftvoll geboren, sondern das Gefühl ist vielleicht eher, Gott sei Dank ist es rum und ich will es nie wieder erleben. Und das finde ich immer so wahnsinnig toll begleiten zu dürfen. Meine Frauen, sage ich immer, also Frauen, die zu mir kommen, die sich dann da auf den Weg machen und sagen, ich will es jetzt aufarbeiten, weil eigentlich will ich kein Einzelkind oder nicht nur zwei oder drei, sondern eigentlich möchte ich schon nochmal ein Kind. Wenn die Geburt nicht wäre, wenn du mir jetzt ein fertiges Baby hinlegen würdest, Annabelle, würde ich es nehmen. Okay, also dann ist es wirklich Zeit, daran zu arbeiten und zu schauen, okay, was können wir jetzt tun, dass das in der nächsten Schwangerschaft und Geburt einfach ganz anders verläuft. Und das Schöne ist ja, es wird ja, wenn du daran arbeitest, niemals wieder genauso verlaufen. Und das ist wirklich was, das kann ich quasi versprechen, weil ich begleite Frauen, die haben wirklich auch schwierige gesundheitliche Faktoren, die sie mitbringen, also wo auch körperliche, chronische Erkrankungen, alles Mögliche vorliegt. Ja, und wo dann die erste Geburt einfach katastrophal verlaufen ist und vielleicht in einem Kaiserschnitt geendet ist und dann kommen sie in die Begleitung. Wir arbeiten die auf, wir bereiten vor. Ich bereite immer vor, es wird deine Geburt, egal wie sie wird. Ja, und wenn der Wunsch ist, es wird eine natürliche Geburt, bereite ich so vor. Aber nie mit dem, naja, das wird dann auch nie wieder ein Kaiserschnitt. Das ist ja ganz klar, wenn du jetzt ganz positiv denkst und so, dann wird das kein Kaiserschnitt. Sondern immer mit der Realität. Also was ist, wenn du in diese Klinik gehst? Wie wahrscheinlich ist es, dass sie dir einen Kaiserschnitt verpassen, egal ob du den brauchst oder nicht. Das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Wenn deine Klinik irgendwie bei 30 Prozent, ist ja jetzt hier mittlerweile normal, aber ich weiß eben aus Norddeutschland von Regionen, wo Dula-Kolleginnen von mir arbeiten, da liegt es dann in der Klinik bei 70 Prozent vielleicht auch mal. Also da kannst du nicht davon ausgehen, dass du dann die Ausnahme bist, die den Kaiserschnitt nicht bekommt. Sondern du musst eher davon ausgehen, okay, wenn ich da hingehe, dann kriege ich wirklich einen. Und da kann ich mich jetzt so schön vorbereiten, wie ich möchte. Dann sind die Gegebenheiten dort einfach so darauf ausgelegt, dass ich fast nicht drumherum komme. Das heißt, wir müssen wirklich alles betrachten, was die Geburt beeinflusst. Und wenn man das macht und da dran geht und schaut, okay, ich bin aber der Typ für XY-Geburtsort. Und das werdet ihr bei mir merken, ich werde niemals sagen, mach eine Hausgeburt, nur dann bist du glücklich. Sondern wenn du eine Hausgeburt, wenn du da dran denkst und denkst, oh mein Gott, da sterbe ich lieber. Also dann ist auch klar, weil was brauchst du denn für eine Geburt? Musst du dich entspannen können, dich wohlfühlen, sicher fühlen. Wenn du dich da zu Hause nicht sicher fühlst, dann brauche ich dich überhaupt nicht zu überreden, das zu Hause zu tun. Aber wenn du sagst, ja, ich brauche eine Hebamme in einer Klinik, ich muss Zugriff auf einen Arzt haben, dann fühle ich mich irgendwie sicher. Dann ist trotzdem noch zu schauen, okay, und welche Klinik passt denn aber ganz genau zu diesen ganzen Bedürfnissen und Ansprüchen, die du hast. Und jetzt, wo du schon mal geboren hast und gemerkt hast, wie die so arbeiten und denkst dir, und das höre ich ganz häufig, wenn ich das vorher gewusst hätte. Oder das nächste Mal mache ich das ganz anders. Das heißt, du kennst jetzt schon ganz viele Punkte, die du nie wieder erleben möchtest, die du so nicht haben möchtest. Und umgekehrt, dadurch weißt du auch schon ganz viele Punkte, die du brauchst. Und das ist einfach super wertvoll, wenn du dir das aufschreibst. Wenn du dir aufschreibst, okay, das waren für mich echt die Punkte, da haben sie es voll verkackt. Oder da habe ich es, oder da ist mir mental, bin ich völlig weggerutscht. Oder da wurde ich total getriggert. Wenn du diese Sachen alle aufschreibst, dann weißt du nämlich, okay, bei der nächsten Geburt, da brauche ich jemanden. Wenn es so eine mentale Geschichte war, du bist irgendwie völlig verschwunden innerlich, weil, keine Ahnung, du erinnerst dich an eine Gewalterfahrung von früher. Oder dein Körper erinnerte sich. Und du weißt jetzt, okay, wenn mich jemand einfach so vaginal antatscht, ohne Grund und ohne Vorbereitung und jemand Fremdes, dann ist bei mir Schluss. Dann ist klar, in der nächsten Geburt musst du drauf bestehen. Ich brauche eine traumasensible Begleitung. Ich brauche etwas anderes als das, was ihr hier standardmäßig anbietet. Und zwar, dass ihr darauf achtet, dass ich hier nicht verloren gehe. Und dass ihr mir sagt, was ihr tut. Und dann ist das für mich vielleicht auch noch in Ordnung. Und dann kann ich Ja sagen. Aber ein Nein bleibt ein Nein. Und daraus könnt ihr euch wirklich richtig gut, ja, wie so einen Plan erstellen. Was brauche ich? Was brauche ich persönlich? Also für meine psychische, seelische Gesundheit. Was brauche ich im Außen? Was brauche ich strukturell? Und dann könnt ihr ins Gespräch gehen mit den Geburtsorten und sozusagen wieder was ganz Neues für euch kreieren. Und dann kann es nicht noch einmal genau dieselbe Geburt werden. Zumal, und das habe ich jetzt ja noch gar nicht angesprochen, dein Kind ja auch ein ganz anderes Kind ist als dein erstes Kind. Ja, also das bringt wieder auch wieder einen ganz neuen Plan mit. Auch da, du planst dann jetzt wieder, bereitest dich vor, arbeitest auf. Und genau das meine ich. Ich kann euch garantieren, dass ihr nicht dasselbe empfinden werdet, auch wenn zum Beispiel die zweite Geburt wieder ein Kaiserschnitt wird. Denn auch das, so hatte ich ja eben meine ewig lange Ausführung gestartet, wenn ich Frauen habe, die jetzt zum Beispiel auch solche körperlichen schon Vorkomponenten mitbringen, wo klar ist, das ist nicht klar, ob das eine natürliche Geburt werden kann. Wenn die in die Aufarbeitung gehen, wenn die sich ihren Geburtsort nochmal ganz genau wählen, wenn die nochmal ganz aufgeklärt, für sich klar, strukturiert und vor allem in Kontakt mit dem Baby in die nächste Geburt gehen. Und es wird wieder ein Kaiserschnitt. Hatte ich noch keine eine Frau, die danach gesagt hat, es war genauso schlimm wie der erste, sondern es war einhellig. Immer so, dass wenn eine Frau nochmal einen Kaiserschnitt dann erlebt hat, dass sie gesagt hat, aber ich bin so froh, dass wir die erste Geburt aufgearbeitet haben, weil ich wusste jetzt genau, was ich dann jetzt brauche. Ich wusste genau sowieso, was ja jetzt auch hier passiert. Das ist ja bei Kaiserschnitt dann häufig auch eben genau das Thema. Es war alles vorbesprochen, ganz genau. Der Arzt war informiert, die Hebamme war informiert, der Mann war gut begleitet, der wusste, was zu tun ist. Und ich habe mich so viel sicherer gefühlt. Und klar war das jetzt nicht die Traumgeburt, die ich mir gewünscht habe, aber es war eine Form von Traumgeburt, weil ich nicht traumatisiert wurde wieder, sondern weil ich sagen konnte, weil ich entschieden habe, dann mitentschieden habe, ja, okay, dann gehen wir jetzt in den Kaiserschnitt. Und ich bleibe bei meinem Kind und ich bereite das innerlich vor, was gleich passiert und ich bleibe da und verschwinde nicht, weil ich in die totale Überforderung und Panik gerate. Und das ist einfach schon so viel wert, weil das macht was mit der ganzen Situation und das macht was mit deinem Gefühl zu der Situation. Das heißt, sich hinzusetzen und zu verstehen, warum ist mir das passiert? Was kann ich jetzt ändern? Wie gehe ich jetzt weiter, damit das nicht nochmal passiert? Oder wie gehe ich jetzt weiter, wenn du jetzt nicht wieder schwanger bist zum Beispiel, damit es mir wirklich auch wieder gut geht, damit ich für meine Familie auch da sein kann, damit ich wirklich in meiner Mama-Kraft sein kann? Lohnt es sich immer, immer, ich kann das gar nicht häufig genug wiederholen, diese Geburtserfahrung anzuschauen, zu verstehen und zu integrieren. Es lohnt sich für euer gesamtes Familiensystem, weil natürlich auch der Partner, der wird noch viel zu wenig betrachtet. Egal, ob er jetzt dabei sein durfte oder nicht, der hat ja auch seine Gefühle dazu. Und er hat auch was durchlebt, der war auch dabei. Alle, die bei der Geburt dabei waren. Ich will gar nicht jetzt von der Traumatisierung der Hebammen sprechen, was die alles erleben und kriegen keine Hilfe danach. Das ist eigentlich undenkbar. Als Psychologin denke ich dann, oh mein Gott, wie geht das? Was ist das für ein Gesundheitssystem? Was machen wir da mit unseren, mit den Menschen, die für uns arbeiten und die dann auch noch so einen wichtigen Bereich begleiten? Ja, also ihr merkt, wie tief dieses Thema einfach geht. Und deswegen möchte ich euch hier auch wirklich immer kurz und, ja, aber tief immer einen Schritt weiter mitnehmen, damit ihr euch auch nicht überfordert fühlt. Und ihr könnt mir auch schreiben und sagen, Annabelle, das war echt eine schöne Folge, aber da waren jetzt schon wieder so viele Sachen drin, da habe ich noch nie drüber nachgedacht und ich bin gerade, keine Ahnung, das musst du mir nochmal erklären. Dann mache ich dazu natürlich auch gerne Sonderfolgen, weil klar, ich stecke ja auch in meiner Blase und für mich ist es alles total logisch und manchmal finde ich dann vielleicht nicht die richtigen Worte. Da dürft ihr mich gerne unterstützen und sagen, ich brauche das nochmal so oder ich brauche das nochmal im Detail oder ich brauche das erstmal nochmal grundlegender, dann meldet euch gerne. Also so viel heute erstmal zu diesem Verstehen, weil wenn du das verstanden hast, dann kannst du auch immer mehr in dieses Gefühl kommen, das war eine echte Heldinnenreise, was ich da geleistet habe, dass ich das geschafft habe, dass ich da irgendwie heil wieder rausgekommen bin und ich habe das für mein Kind gemacht. Auch wenn du dein Kind vielleicht in der Geburt vor lauter Panik und Überforderung vergessen hast, was natürlich wahnsinnige Schuldgefühle macht, das kenne ich auch alles. Das ist doch wirklich total logisch, wenn du die Geburt nochmal durchgehst und wenn du die mit jemandem durchsprichst, der das auch versteht, was da gemacht wurde und passiert ist und was in dir vorgegangen ist, dann wird es immer deutlicher und dann kannst du immer mehr sehen, boah, das ist meine Heldinnenreise und das habe ich geschafft und ich stehe heute hier. Und dann kann das zu so einer Kraftquelle für dich werden, dass auch die Aufarbeitung leicht und zügig gehen kann. Das ist einfach das Spannende und Schöne daran. Also in meiner Begleitung von Geburtstrauma-Arbeit im 1 zu 1 mit Frauen, da mache ich immer ein Paket von vier Einheiten. Das sind dann immer so anderthalb bis zwei Stunden, weil man kommt ja nie so auf den Punkt zu Ende bei so einer sensiblen Arbeit und das ist wirklich, es ist so erstaunlich, ja, was da passiert. Es ist einfach wunderbar. Ja, und wenn du jetzt sagst, boah, das brauche ich, ich merke das gerade. Ich hatte gerade eine Geburt oder vor fünf Jahren, vor zehn Jahren und sobald ich daran denke, weine ich und es kommen sofort die Bilder wieder, das Gefühl wieder, dann meldest du dich einfach zu einem kostenlosen Erstgespräch bei mir an, wo wir einfach mal zusammen eruieren in einer halben Stunde. Was ist überhaupt bei dir das Thema und bist du bei mir richtig und was brauchst du? Also da auch keine Scheu nachzufragen und dich zu melden. Ich freue mich, wenn du den Podcast likest und teilst und mir Feedback gibst und überhaupt, ja, wenn wir in Kontakt kommen. Also bis dahin. Ciao.